Kennst du das? Du musst noch so viel lesen und dabei hast du nur noch so wenig Zeit? Dabei kann es so einfach sein. Lesetechniken sind ein wichtiges Handwerkzeug für dich. Sie verschaffen dir mehr Zeit, weil du mit ihnen Texte effektiver erfassen kannst. Und damit du dein Handwerk perfekt beherrschst, lernst du in diesem Video die drei wichtigsten Lesetechniken kennen. Skimming, Scanning und Close Reading. Schauen wir sie uns doch einmal genauer an. Skimming oder Reading for Gist ist die Lesetechnik, die du verwenden solltest, wenn du die Main Idea eines Textes erfassen, also einen Text querlesen möchtest. Und so geht's. Überfliege den Text schnell. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.